Ah, hallo, Dames und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Bürgermeister von Strasbourg und willkommen. Ich hab für Jülle einen Roten-Verrassing. Jawohl! Want vandaag mach ich das ankommen, dat uns Prepper noch altijd in Anbau ist. Es ging dütend, weil ein Teidchen, meine Jülle, wurde herzlich belohnt. Ich bin so trotz. Mal, weil haben Jülle höchst nodig, weil seien der Blueprints quaggeragt. Von unserer neueste Attraktie, der Freie Waldtoren. Und dann will ich Jülle eine Wünschtfrage. Können Jülle mal helfen, mit einem spookachtigen Setting, einem spookachtigen Gerag. Und ich belohne den Winnaar mit einem Gauhne. Einen Gauhne? Das ist noch nicht deutlich. Ich belohne den Winnaar. Dus geh an den Schlag. Und bau, bau. Mein Name ist Bürgermeister von Strasbourg. Und tot der nächste Mal. Auf Wiedersehen. Es ist die bedoeling, es ist eigentlich sehr simpel, weil es natürlich Halloween ist, will ich euch fragen, um ein Kerk zu machen. Ein Kerk, waar die Vrije Valtoren in passt. Je maakt dus ein Omhulsel. Maak das von Kastelen, of de Setting van de Sandstones. Weet je wel, die je een beetje bruin maakt. Maak iets moois, maar wel in ein soort Kasteel-thema, ein Kerk-thema. Ich bin benieuwd, de Mooiste Winnaar kommt auch gewoon te staan, mit sein Kerk in het Park. Dus dat is natürlich wel heel gaaf. Je krijgt ein eigen plekje in de Vrije Zijspark Freudenthal. Dus ga an den Schlag. En mochten er vragen zijn, laat het weten in de comments. Je mag dus ein Omhulsel gaan maken. En natuurlijk ook gewoon dat het op de grond staat. Een mooie kerk. Een angstaanjagende kerk, die ook een beetje bij een kasteel past. Deze wedstrijd loopt tot 31 oktober. Daarna kan je niks meer inzenden. En dan ga ik dus kijken naar de Winnaar. De Winnaar krijgt overigens ook nog gewoon een Twitch-subje op mijn Twitch-kanaal. Dus dat is ook mooi. En daarnaast natuurlijk een plekje permanent in het park. Als je je project gaat uploaden naar de Steam Workshop, dan moet je hem onder deze naam vermelden. Da Vinschnell Games, spaatsie Halloween, spaatsie 2021. Dat is voor mij makkelijker om te gaan zoeken qua trefwoorden. Dus nogmaals, Da Vinschnell Games, Halloween 2021. Da Vinschnell Games, Da Vinschnell Games. Da Vinschnell Games,